Willkommen zurück zur... Was haben wir denn hier für ein Level? Nochmal ohne Facecam? Oh Gott. Oh Mann. Komm, Yoshi, ich muss dich retten. Ah, fuck, Mann. So geht's. Na komm. Jawohl. So geht es. So, Yoshi ist Freund. Treat Freund gut. Don't be mean. So. Jetzt kommt ein witziger Sprung. Ich muss jetzt Yoshi praktisch da reinwerfen. Aber so, dass ich noch an ihn ran komme. Passt mal auf. So ungefähr. Ja, so. Alles klar. Jetzt sind wir wieder auf Yoshi. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ähm. Ach. Wartet mal. Kann ich... Wie weit kann ich zurückspulen? Genau. Scheiße. So geht das. Jetzt können wir hier durch. Düm, 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 düm. Pass auf. So. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das selbe Spiel jetzt nochmal gespielt werden muss. Ja. Am besten Yoshi immer erst nach links laufen lassen. dann haben wir ein bisschen. Ach, komm schon. Mehr. Ach, komm schon. Du sollst auch abspringen. Nur ein bisschen mehr Zeit, wollte ich gerade sagen. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Nein. Komm schon. Ach, komm schon. Viermal. Und... Fünfmal. So, die Frage ist... Ja, okay. Wir brauchen jetzt diesen... Cooper. Am besten auf dem Weg nach oben. Jetzt. Jetzt. Sehr schön. Oh Gott. Jetzt müssen wir... Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Ich save mal hier. Yoshi. Nach hier unten. Nach hier unten werfen. Das ist... Das ist jetzt schwer. Hä. 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 Nein. Nein. Haben wir es geschafft? Nein. Ach, bei weitem nicht. Ach, das ist... Echt... Schwer, Leute. Ach, Leute. Das ist echt schwer. Lasst mich das mal... Im... Slowdown versuchen. Oh, äh. Mir ist gerade der Controller runtergefallen. So, lasst mich das mal im Slowdown versuchen. Speed. Machen wir mal auf... Durch drei. So. Können wir versuchen hier. Ne. Das muss... So ein echt... Knapper Sprung sein. Das könnte gereicht haben. Ja. Seht ihr? Im Slowdown klappt alles, Leute. Im Slowdown klappt einfach... Warum kann ich gerade nicht... Hallo? Jetzt sag nicht, dass ich... Escape. Habe ich gerade auf den falschen Knopf gedrückt? Habe ich gerade auf... Habe ich gerade echt auf den falschen Knopf gedrückt? Kann das sein? So, wie gesagt... Im Slowdown funktioniert echt alles bei Kaiser. So, vorsichtig. Vorsichtig. Lass mich mal hier runter. So, ist hier unten Lava? Nein. Wir können uns aber hier... Falls wir sterben... Natürlich... Noch ein Leben holen. Ich hätte ja jetzt eigentlich gerne... Moment. Pass auf. Bis alt, bis alt... Bis alt, bis alt... Ist es gut? Sorry, dass ich gerade so still bin, aber... Ah! Ey, komm schon. Ey. Scheiß-Timing von diesem... So geht's, so geht's. Das war echt ein scheiß-Timing von diesem Chuck einfach nur. So, jetzt brauchen wir gutes Timing. Hohohohohohohohohohoho. So, jetzt bloß nicht über die Wolken kommen. Ich sag's noch. Okay. Sehr schön. Da muss der rein. Oh, das ist echt. Das ist echt beschissen, Leute. Passt mal auf. Ach ja, genau. Ach ja, genau. Sorry, Leute, dass ich gerade echt so wenig sag, aber... Oh, Leute, sorry. Oh, das ist so anspannend, dieses Level. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay. Nein. Müssen wir mal so versuchen wie eben. Nee, so nicht. Nein. Sorry, Leute, aber... Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach da unten lang fliege? Funktioniert nicht, ne? Oh, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Leute, safe state. Ab hier runter. Und wieder zurück auf Yoshi. Sorry, das sind so diese zwei beschissenen Sprünge, wo ich jetzt geslowdowned habe. Das sind echt diese zwei beschissenen Sprünge. Die ich nie meistern kann. So. Das ist auch sowas. Wir müssen Yoshi jetzt auf... Diesen einen Block kriegen. Und dürfen vorher nicht safe staten. Weil wir ja nicht sehen, wann er drauf landet. Okay. Nee. Fast. Fast. Ah. Na? Boah. Nee, jetzt ist er abgeprallt, ne? Oh, das war so knapp. Vielleicht hier. Ich mach, glaub ich, immer dasselbe, ne? Bisschen später. Das war eher ein bisschen früher gerade. Nee. Wollen wir nicht Anlauf nehmen, ne? Das darf nicht mit Anlauf passieren. Nee, der ist abgeprallt. Wie knapp ist das denn? Wie knapp ist das denn? Oh, Leute. Sorry, aber... Wie knapp... ...ist die Scheiße denn? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. So wird es wahrscheinlich funktionieren, hm? Nee, auch nicht ganz. Oh Leute Ganz ehrlich Wollt ihr das einem armen alten Fuchs antun? Ey Das kann ich jetzt schon vergessen Okay Praktisch so Dass es Sau knapp wird mit dem Hochkommen wieder Also so von der Geschwindigkeit her war es ja schon okay Aber Wartet mal Das könnte aber auch funktionieren hier Wartet Ah ich darf nicht Ganz so hoch springen Wartet mal Wenn ich das mit Anlauf mache Und nicht ganz so hoch springen Ach Jawohl So Können wir hier durch Können wir hier durch Können uns Oh Gott Ähm Moment Moment Oh Gott So kommen wir ja nicht hoch Das heißt wir müssen Praktisch So nach oben Oh Gott Jetzt müsste der Heaven kommen Ja alles klar Oh Gott Ich weiß welches Level das ist Aber das machen wir erst Das nehme ich heute nicht mehr auf Alles klar Tschüss Tschau Tschau Mr. Mr. Nightfox TiddleDead Tiddleoto TiddleDced Huge